Luftalarm in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Viele Menschen suchten am Donnerstag Schutz in den U-Bahn-Stationen der Stadt. Zuvor hatte die Ukraine erneut einen massiven russischen Luftangriff gemeldet. Ziel sei wieder vor allem die Energieinfrastruktur gewesen, hieß es. Aus dem ganzen Land werden Raketenangriffe und Explosionen gemeldet. In Kiew, den südlichen Regionen Odessa und Mikolaiv und auch im Westen des Landes soll es im Zuge der Angriffe zu Stromausfällen kommen. Mehrere Atomkraftwerke sollen nach Angaben aus der ukrainischen Energiebranche vom Netz genommen worden sein. Teilweise habe es auch Störungen bei der Wasserversorgung gegeben. Es ist der zweite große russische Luftangriff auf die ukrainische Infrastruktur in diesem Monat. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky hat Russland bei seinem Angriff auf die Energieinfrastruktur auch Marschflugkörper mit Streumunition eingesetzt. Dies sei eine verabscheuungswürdige Eskalation. Er bekräftigte seinen Aufruf an die westlichen Verbündeten, mehr Ausrüstung für die ukrainische Luftabwehr zu liefern. Unterdessen plant die US-Regierung von Präsident Joe Biden Insidern zufolge ein neues Waffenpaket für die Ukraine im Wert von 725 Millionen Dollar. Das sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Das Paket soll unter anderem Landminen, Drohnen, Stinger-Raketen und Munition für hochmobile Artillerieraketensysteme enthalten.